Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Avon Haul, kann man das so sagen. Ich möchte eine Reihe starten und zwar bekomme ich ja einige Kundenbestellungen und da werde ich mir ein paar rauspicken, um euch einfach zu zeigen, was es aktuell in der Kampagne gibt. Ich denke, das ist eine gute Lösung, um euch die Vielfalt der Produkte zu zeigen und vielleicht ist ja auch das eine oder andere Produkt für euch dabei, was euch interessieren könnte. Ich werde die Produkte auch nicht benutzen, nicht swatchen, auch nicht öffnen, sondern euch einfach nur in die Kamera halten und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Diese Kundenbestellung ist aus der aktuellen Kampagne C12, also aus der Dezemberkampagne und im November, Dezember, das ist so die Zeit für Avon, wo die wirklich sehr, sehr schöne Sets zusammenstellen, speziell für Weihnachten. Jetzt im Dezember sind das noch die letzten Weihnachtsbestellungen, wenn man das so sagen kann und die Ausnutzung ganz toller preislicher Angebote. Fangen wir mit einem Haarpflegeset an und zwar aus der Advanced Techniques Reihe, die ich sehr mag. Advanced Techniques Shampoos sind in ihrer Ergiebigkeit ganz toll, also man kommt mit einer Flasche wirklich sehr lange aus und der Duft, der bleibt ziemlich lange in den Haaren, finde ich. Und von daher mag ich die Reihe wirklich sehr. Und zwar ist das jetzt ein Set, ja, also das sind insgesamt vier Produkte in einem Set für den Preis von 10,99 Euro. Das ist hier eine 400 Milliliter Flasche aus der Advanced Techniques Reihe Absolute Nourishment mit Arganöl und Kokosnussöl und das ist halt intensive Pflege für trockenes Haar. Und dazu gehört dann noch ein Conditioner, ja, also eine Pflegespülung, dazu gehört dann noch eine Pflegemaske und ich lege das mal eben weg, bevor mir alles rausfällt, runterfällt. Das ist ein pflegendes Öl-Elixier. So, und wenn man dann dieses zusammen kombiniert und benutzt, die sind ja alle aufeinander abgestimmt, ergibt das eine wirklich tolle Pflege. Noch ein Set habe ich hier und zwar Wild Strawberry Dreams. Das sind Erdbeeren, also es geht um fruchtige Erdbeeren. Dazu gehört unter anderem auch ein Badeschaum, eine Handseife gibt es und dann auch diese drei Produkte, die es in einem dreiteiligen Set gibt. Und zwar einmal eine Shower Cream, das ist Erdbeeren und Joghurt. Also ein Duschgel, da sind 250 Milliliter drin. Dann haben wir hier eine Body Butter. Da sind auch glaube ich 200, ne 200 Milliliter sind drin. Und dann haben wir noch einen Körperspray. Und Arvon hat ganz viele Körpersprays im Sortiment und die Körpersprays nutze ich selber sehr, sehr gerne, weil man sie sich einfach über den Körper sprühen kann und dann duftet man wunderbar. Ja, also angenehm. Ja, also es ist nicht so stark wie ein Parfum, sondern wirklich für den Alltag wunderbar geeignet. Einfach drauf sprühen und fertig. Kann man sich auch hier über die Haare sprühen, damit der Duft in den Haaren bleibt. Wunderbar. Und das ist ein Set für 5,99 Euro. Ein Pfirsich-Set. Also mit Pfirsich-Duft. Einmal Badeschaum. 500 Milliliter. Dann haben wir einmal Duschgel. 250 Milliliter. Und wieder ein Körperspray. Und dieses Set kostet nur 4,99 Euro. Ein weiteres Set, welches ich persönlich wirklich sehr, sehr gerne mag. Und zwar ist das Aloha Monol. Dreiteilig. Ja, da ist ein Badeschaum drin. Da ist ein Duschgel mit drin. Und da ist ein Körperspray. Die duften ganz, ganz toll. Die habe ich selber da. Ja. Ich muss mal eben dran schnuppern. Ich hole mal meins. So, das ist meins. Und das werde ich jetzt öffnen und dran schnuppern. Es riecht ganz toll. Es riecht wirklich sehr gut nach, ja, so wie der Name schon sagt. Aloha Monol. Nee, so, ne, Urlaub, Strand. Das ist die Thierry Blüte, die ich so gerne mag. Ja, die gibt es in verschiedenen Dusch- oder Pflegeprodukten. Da gibt es zum Beispiel auch von Balea eins, was ich sehr gerne mag. Oder von Yves Rocher, da ist auch eine dabei. Immer diese Thierry Blüte. Und das Set ist, das gehört zu meiner Standardausrüstung. Und auch hier der Preis, die Euro 99. Dazu haben wir auch Intimwaschlotionen, die in einem praktischen Pumpspender aufbewahrt sind. Oder gefüllt sind. Wenn man in der Dusche steht, braucht man einfach nur pumpen. Ja, und dann sich waschen. Und es gibt die in drei verschiedenen Sorten. Ja, das ist Simply Delicate. Ja, Simply Delicate. Das ist die Reihe. Und da gibt es verschiedene Sorten, wie zum Beispiel das Active. Das ist dieses hier mit Milchsäure. Dann haben wir eins, das heißt Calming. Ja, also beruhigend und ohne Duftstoffe. Und dann haben wir noch ein Refresh. Also ein erfrischendes. Und eine Flasche kostet 2,89 Euro. Die nutze ich auch selber. Ja, und kann die wirklich in der Handhabung sehr empfehlen. Und auch von der Wirkung. Dann habe ich hier Arvon Lack. Das sind Parfüm Sprays. Also das ist eine 30ml Flasche. Es gibt auch das Arvon Lack als richtiges Parfum. In einem ganz tollen Flakon. Das ist so die kleinere Variante. 30ml sind drin. Und das ist jetzt aktuell auch im Angebot. Kostet, wenn man sich eine Flasche holt, dann kostet es 7,99 Euro. Wenn man allerdings zwei Flaschen holt, kosten die beiden nur 10,98 Euro. Die riechen nach... Also der Duft Arvon Lack Verhör riecht nach spritziger Bergamotte, Königin der Nacht, samtiges Sandelholz. Jetzt habe ich noch ein Set hier. Und zwar für den Mann. Das ist dreiteilig. Da haben wir nämlich zwei Duschgele, meine ich. Ne, drei Duschgele. Drei Duschgele? Ne, Shampoo und Duschgel. Ah! Her and Body Wash. Aber in drei verschiedenen Größen. Genau. Also der Duft ist ein erfrischender Duft. Und es ist Shampoo und Duschgel in einem, in drei verschiedenen Größen. Und der Duft, das ist ein wilder Salbei, steht hier, Sandelholz. Und ideal für morgens, abends und nach dem Sport. Also, wenn eure Männer einen erfrischenden Duft suchen, als Haar, als Shampoo und als Duschgel, dann haben wir hier dieses Set. Das kostet nur 6,99 Euro. Da haben wir jetzt eine, eine, ich muss mal eben abstellen, eine 720 Milliliter Flasche mit Pumpspender. Dann haben wir hier eine 500 Milliliter Flasche und eine 250 Milliliter Flasche. Bei Avon gibt es im Programm auch Mode und Accessoires für Frauen, Kinder und Männer. Und hier habe ich, das möchte ich aber jetzt nicht auspacken, ein paar coole Socken. Ich kann euch gleich das Bild dazu zeigen, mit einer Aufschrift. Und zwar, ich suche, genau, My, My Dad. Auf der einen Seite steht My Dad und auf der anderen Seite My Hero, wahrscheinlich. Ja? Steht da Hero? Ja. So, das ist dieses hier. Dieses paar Socken und die kosten nur 2,99 Euro. Handcremes hat Avon, eine sehr große Auswahl hat Avon an Handcremes. Wirklich in jeder verschiedenen, in jeder Duftrichtung. Ja, für jeden ist etwas dabei. Und Avon Handcremes sind wirklich bekannt für die Düfte und für die tolle Pflege, die sie bieten. Hier habe ich drei Stück. Einmal Lavendel, einmal Macadamia und einmal Kokos. Und das ist jetzt auch ein Angebot. Eine Handcreme für 1,79 Euro, zwei für 2,78 Euro und drei für 3,48 Euro. Das wäre, wenn man diese drei jetzt nehmen würde, wäre das 1,16 Euro pro Handcreme. Ja, wenn man das jetzt so runterrechnen würde. Aber auch diese Handcremes kann ich empfehlen. Erfahrungsgemäß. Die sind ganz, ganz toll. Und das höre ich immer wieder von den Kunden. Wirklich sehr, sehr pflegend. Und da, das lohnt sich wirklich, da mal auch einen Blick auf die Angebote zu werfen. Das war es auch schon mit dieser Einkundenbestellung. Und wenn ihr Lust darauf habt, mehr von solchen Videos euch anzuschauen, dann gebt mir einfach einen Kommentar unten und dann weiß ich Bescheid. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.